Die Merkur-Versicherung hat uns einigen ausgewählten Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit gegeben, das Fit4Life-Programm einmal zu testen und so reinzuschnuppern, was die Versicherung da alles zusätzlich für ihre Mitglieder bietet. Ich bin der Überzeugung, dass man früh genug anfangen muss, sich fit fürs Leben zu halten und dass es immer wichtig ist, gesundheitsfördernde Maßnahmen zu betreiben, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und deshalb passt es zu meiner Lebenseinstellung. Unglaublich interessant, also sehr, sehr spannend, was es da alles zu entdecken gibt und was man sich da alles so anschauen kann. Ich glaube, das ist ein sehr ausgefallenes Programm. Das ist ein Lebensstil, das ist ein Lebensgefühl, das ist Gesundheit. Dass man eben sich gesund ernährt, dass man sich bewegt, auch außerhalb vom Sport, dass man auf seinen Körper hört und auch sich auszeiten kann. Einfach abschalten vom Geist her und einfach so Ausgleich für den Alltag.